Ich suche Zuflucht bei Allah vor dem verfluchten Scheitern. Scheitern ist die arabische Bezeichnung für den Teufel. Mit diesen Worten bittet man Allah, den Allmächtigen, dass er einen bewahrt und vor dem Scheitern beschützt. Man rezitiert sie immer, bevor man mit der Lesung des Korans beginnt und auch vor dem rituellen Gebet. Im Namen Allahs, des Allerbarmeers, des Barmherzigen. Alle Suren bis auf die Sure et Taubah fangen mit dieser Formel an, mit der man sowohl die Lesung des Korans als auch alle anderen guten Taten beginnt. Sie drückt aus, dass eine Tat nur ausgeführt wird, um dadurch Allahs Segen und sein Heil zu erlangen. Dabei fällt auf, dass dieser erste Vers drei Namen Gottes beinhaltet. Zunächst Allah, welches der Eigenname des Allmächtigen ist. Niemand außer ihm besitzt diesen Namen. Allah ist es, der alles erschuf, er besitzt die schönsten Namen und Allah ist davon der wichtigste. Daher steht er hier auch an erster Stelle. Arachman ist ein weiterer Name Allahs, der ausdrückt, dass Allah der Allerbarmer ist, der barmherzig zu seiner Schöpfung ist. Dagegen drückt der Name Karahim, speziell Allahs Barmherzigkeit gegenüber seinen gläubigen Dienern aus. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Mit diesem Vers lob preist der Muslim Allah. Seine Eigenschaften sind vollkommen, und er gibt den Geschöpfen zahllose Gaben, für die sie ihm dankbar sein müssen. Ihm allein gebührt alles Lob der Welt, denn er ist der Herr der Welten. Die barmherzigen und verzeihenden Eigenschaften Allahs sollten den Muslim dazu anregen, selbst auch barmherzig zu sein. Sei es im Familienleben oder im Umgang mit Fremden oder Kollegen, Barmherzigkeit ist eine Tugend im Islam, die jeder Muslim zu seinem Charakter machen sollte. Der Herrscher am Tag des Gerichts Nach den vorherigen Eigenschaften und Namen Allahs folgt hier eine weitere seiner Besonderheiten, seine Macht am jüngsten Tag. An diesem Tag wird keines der Geschöpfe mehr über Macht verfügen, selbst die Herrscher des Diesseits beugen sich dem einzigen Herrscher dieses Tages, der mit der Wahrheit richtet. Liest man diesen Vers mehrmals täglich, so erinnert man sich an das Jenseits. Dies führt zu mehr Motivation, sich durch gute Taten und das Unterlassen von Übel besser auf das Leben nach dem Tod vorzubereiten. Dir allein dienen wir, und zu dir allein flehen wir um Hilfe. Alle Gottesdienste, die Gebete, das Fasten und allgemein die Taten werden nur für Allah verrichtet. Nichts davon darf einen anderen bewegt und, wie das Wohlgefallen der Menschen oder einen weltlichen Vorteil, haben. Auch bei Problemen wendet sich ein Muslim zunächst an Allah und erhofft sich seine Hilfe. Es gilt zu verstehen, dass nur Allah in der Lage ist, die Lage eines Menschen zu verbessern. Und dies ist ihm ein leichtes, denn so sagt er auch, Allah schafft ebenso, was er will. Wenn er etwas beschlossen hat, spricht er nur zu ihm, sei, und es ist. Leite uns den geraden Weg Mit diesem Vers bittet der Diener Allah, ihm den richtigen Weg zu zeigen, der ins Paradies führt. Allah ist derjenige, der recht leitet, und er kann die Rechtleitung auch entziehen, wenn er will. Der Weg derjenigen, denen du Gunst erwiesen hast, und nicht derjenigen, die deinen Zorn erregt haben, und nicht der irregehenden. Man bittet also, den Weg der rechtschaffenen und wahrhaftigen Menschen einzuschlagen. So erlangt man mit Allahs Erlaubnis sein Wohlgefallen und erregt nicht seinen Zorn wie diejenigen, die die Wahrheit wissen, jedoch nicht danach handeln. Auch sucht man Zuflucht davor, zu sein wie die irregehenden, die zwar handeln, dies aber nicht auf Wissen basieren. Nach dem Rezitieren der Surah Al-Fatihah sagt man Amin, was so viel bedeutet wie, Allah, nimm dies von uns an. Das ist das, was so viel bedeutet wie, Allah, nimm den Weg, 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 Allah